So, mit welchem Modus starten wir denn jetzt? Ich würde eigentlich ganz gerne in Reihenfolge starten eigentlich. Dass wir nochmal die erste Nacht hier im Kindermodus versuchen, ne? Weil das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Weil es gibt ja so viel hier noch zum Freischalten in New Night. Wie viel es hier einfach noch gibt, was wir uns reinziehen müssen. Weil es gibt auch noch drei Minigames, die wir freischalten können. Wir starten mal mit der zweiten Nacht hier, würde ich sagen. Gegen die Rockstar Animatronics. Ich glaube nämlich, das ist echt cool. Also, der Modus gefällt mir sehr gut. So. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Okay, müssen wir uns das anhören? Ich glaube nicht. Ich weiß noch, wie es funktioniert. Ich weiß noch, wie es funktioniert, glaube ich. Warte, von da kommt Chica, ne? Die müssen wir anflaschen. So, von hier kommt ja Foxy. Da müssen wir dann gegebenenfalls den Vorhang zumachen. Und von hier hinten kommt Bonnie. Okay, Bonnie sitzt noch. Okay, Freddy kommt da hinten schon. Der ist ja schon am Stizzle. Let's go. Okay. Foxy kommt gleich. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren jetzt, ne? Sonst schaffen wir das nicht. Okay. Und Chica, einmal zurückflaschen, bitte. Magst du My Hero Academia? Ja, klar. My Hero Academia ist übel geil. Einer meiner Lieblingsanime. Also, davon kommt auf jeden Fall auch noch ein Tattoo. Ich muss mich halt noch ein bisschen zurückhalten. Ich kann noch nicht zu viele Tattoos machen, weil ich will ja auch noch Bodybuilding-Wettkämpfe machen. Und wirklich arg viele Tattoos ist halt schlecht bei Bodybuilding-Wettkämpfen. Deswegen kann ich noch nicht alles machen, was ich will. Okay, Bonnie. Einmal angeflascht. Ich glaube, Freddy kommt jetzt, oder? Ich glaube... Warte mal. Oh! Oh! Was zur Hölle? Was war das denn? Bro! Hä? Das war einfach... Das war einfach ein... Hä? Einfach ein Jumpscare nur, damit es ein Jumpscare ist. Was zur Hölle war das denn? Holy shit. Aber, Alter, was war das denn, bitte? Für ein Jumpscare. Das habe ich ja noch nie erlebt. Der hat mich übel gecatcht, Leute. Okay, Freddy kommt langsam näher. Wir haben noch Zeit. Okay, weg mit Chica. Alter, ich habe mir fast in die Hose geschissen. Ey, der hat mich übel erwischt. Hä? Ich bin gerade richtig zitterig. Was zur Hölle? Ich habe null damit gerechnet. Holy macaroni. Bro, was zur Hölle? Also, wir müssen hier beim Parts-and-Service-Raum, müssen wir immer kurz hören, ob Bonnie da ist. Ah! Rein da! Oh! Also, wir müssen immer hören, ob Bonnie da ist. Vorher dürfen wir nicht leuchten. Okay, Freddy kommt. Ja, geh weiter. Hau ab! Raus mit dir! Ob ich Baki... Ja, Baki habe ich schon oft geguckt. Baki ist auch einer meiner Lieblings-Anime. Ultra geil einfach. Baki, Kanga, Nashura. Voll geil. Okay, wir müssen schnell hier rüber. Wir müssen Chica wegflashen. Raus mit dir! Ja! Geh nochmal schnell zu Bonnie. Bonnie, vielleicht schaffen wir die Nacht jetzt endlich mal, Leute. Das wäre natürlich richtig gut, ne? Okay. Abgewehrt, abgewehrt. Let's go! Wir haben drei Uhr nachts. Sieht gut aus. Okay, Freddy ist alles entspannt. Freddy ist ganz da hinten. Locker, locker. Magst du Yu-Gi-Oh! Ja, Yu-Gi-Oh! Ist auch cool gewesen. Mittlerweile nicht mehr. Machen die überhaupt noch neue Folgen? Also gibt es da noch, kommt dazu noch Neues zu Yu-Gi-Oh! Ich habe ewig nichts Neues von gesehen. Okay, Bonnie. Wir haben vier Uhr. Ey, voll der Run gerade. Let's go! Was? Voll gut. Freddy kommt näher langsam. Oh, Foxy! Sword Art Online auch einer meiner Lieblings-Anime. Richtig geil. Wir müssen Foxy kurz loswerden, Leute. Okay, der eine Arm guckt noch halb so wild. Okay, jetzt hier rüber. Chica! Weg mit dir! Raus! Okay. Strong. Okay, jetzt kurz Freddy checken. Hörer, bitte! Ho, 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 ho! Foxy, weg! Foxy, weg! Foxy, geh links rein! Bitte! Ho, ho, ho! Das war turbo-knapp, Mann! Daumen nach oben aufs Video, wenn ihr noch nicht gegeben habt. Knapper wird's nicht. Knapper wird's nicht. Wer noch nicht Daumen hochgegeben hat, jetzt ist der Moment, wo ihr's macht. Ha, ha, ha! Wow, das war turbo-close. Und Foxy guckt uns an. Foxy hat so um die Ecke geguckt so. Bro, was machst du auf meiner Bühne? Raus mit dir! Ha, ha! Foxy war mad, weil wir bei ihm eingebrochen sind, yo. Okay, ich muss Bonnie checken. Ganz dringend, ganz schnell. Zu! Okay, ist weg. Jetzt schnell Chica. Turbo schnell, turbo schnell, turbo schnell. Come on, come on, come on. Weg mit dir! Oh, Penny. Sie ist so rückwärts getanzt. Habt ihr das gesehen? Ha, ha! Okay. Abwehren. Wir haben 5 Uhr. Ich glaub, wir schaffen's. Ey, ich hab in der Aufnahme noch nie diese Nacht geschafft. Was ist das denn? Aber meistens, weil ich turbo-lost war. Und bei Bonnie nicht richtig gehört und einfach geleuchtet hab. Weil ich ungeduldig bin. Okay, Freddy hat noch Zeit. Wir gehen zu Bonnie. Und abgewährt. Let's go! Let's go! Yes! Leute, wir haben's geschafft. Ey, ich hab die Nacht schon zweimal aufgenommen und hab's zweimal nicht geschafft. 55 Coins haben wir bekommen dafür. Voll gut. Let's go, Leute. Richtig strong. Oh, wir haben wieder eine Zwischensequenz. Cool. Oh, wir haben einen Timer oben rechts. Warum ist da ein Timer? Was muss ich machen? Der Timer läuft und läuft. Hä, der Gang ist unendlich, oder? Ich mach was falsch, oder? Ich lauf in eine Richtung. Zählt das als geschafft? Ich hab keine Ahnung. Ja, okay. Jo, das hat nur eine Nacht. Äh, das hat nur... Warum hat das nur eine Nacht? Oh. Hä? Ich dachte, wir haben noch mehr Nächte dann mit den Rockstar Animatronics. Jo, das ist mega sad. Ich dachte, wir können jetzt noch richtig einen abreißen. Hier. Ja, warte mal. Ah, nee. Hier, nur eine Nacht. Ah, okay. Der andere Modus hier hat drei. Und der hier hat zwei. Oh, wir haben ein neues Minigame freigeschaltet. Wir haben ein neues Minigame freigeschaltet, Leute. Ein neues Minigame. Und das schauen wir uns an. Wir haben jetzt nämlich Fun with Helpy. Fun with Helpy. Besser ist das, ne? Du bist in den Fluren von den Badezimmern. Aber Helpy ist auch da. Benutz deine Taschenlampe, um Helpy auf dem X zu stoppen. Also wie Fun mit Plus Trap. Also müssen wir ihm erlauben, näher an uns ranzukommen. Aber nicht zu nah. Du willst nicht, dass er dich fängt. Sei immer aufmerksam, wie viel Zeit noch übrig ist. Hör genau hin. Und mit dem Control Button benutzen wir unser Flashlight. Dann machen wir das mal. Noch einen Ehrenschluck hier. Weil gerade ein paar gefragt haben, was ich hier trinke. Das ist von Allstars so ein BCAA Energy Drink. Also, ne? Ich bin ja jetzt wieder aktiv im Training. Für den nächsten Wettkampf. Da müssen die Aminosäuren gedeckt sein, ne? Das ist wichtig. Okay, wir fangen an. Oh, oh. Ich habe Angst. Oh! Alter. Oh, a penny. Junge, was zur Hölle. Alter, Propeller. Der hat gescheppert. Digger. Wer war er denn? Springt mir einfach ins Gesicht, Junge. Aber wir machen jetzt erst mal weiter. Fuh, 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 fuh. Fun with Helpy nochmal, bitte. Das müssen wir schaffen. Das müssen wir schaffen. Oh. Warte, wir machen das gerade erst mal fertig hier. Alter, jetzt schon wieder. Der ist rechts. Der ist da rechts. Hahaha. Warte. Eins. Zwei. Drei. Zu spät. Ich habe alles Angst, dass der Jumpscare kommt, Mann. Nein, ich drücke alles zu früh und zu spät. Jetzt. Nein. Mist. Jetzt. Yes. Wir haben ihn, Leute. Boom. Boom. Wir haben ihn. Let's go. Hops genommen. Puzz. 20 Coins bekommen. Nice. Okay.